Das ist Stefan, ein Spielsichtiger. Der Feind! Er versteckt sich! Und drüber nach vorne! Na! Scheiße! Die Scheiß-Gegner hat sich versteckt! Scheiße! Na! 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 Na, das ist nur so spät, ich bin in die Schule. Scheiße! Scheiße! Das ist noch besser. Scheiße! Nacken! Scheiße! Weil Stefan die ganze Nacht PC gespielt hat, ist er jetzt müde und legt sich schlafen. Scheiße! Ah! Ah! Scheiße! Ah! 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 Für die Folge 8! Ah! Scheiße! Nachthelf! Ich bin schon wieder! Oh! Ich bin Piss dran! Oh! Scheiße! Ah! Äh! Uh! Scheiße! Sehr gut. Ach, scheiß Gold. Kein Geld. Was ist denn nach acht? Was soll ich verarschen? Wollt ihr eigentlich erstens verarschen hier, oder was? Der Scheiß! Der Scheiß! Der Scheiß! Jetzt macht Stefan sich auf den Weg in die Schule. Doch weil er so wenig geschlafen hat, fährt er in die Hecke. Der Scheiß! Der Scheiß! Jetzt kommt Stefan in der Schule an. Weil er schon viel zu spät ist, beeilt er sich sehr. Der Scheiß! Der Scheiß! Weil Stefan noch so müde ist, kann er sich gar nicht konzentrieren und geht in die falsche Klasse. Ah, Scheiße! Wo ist die Balte? Ah, die Balte! Lass du dich ja bitte mal hin und bist ein bisschen leise. Warum kommst du zu spät? Der Mann Hundert hat nicht gegessen, nein, ja, ja, guten Tag. Also, geschlossen. Passt. Setz dich mal hin, wo deine Unterlagen hinterher ausgesinnt, bei der Interpretation, du brauchst den Kut. Ich gucke da bitte rein, bei Stefan und bei Michael und ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ah, na klar. Ihr solltet alle eine Charakterisierung machen mit drei Figuren und eine Stoffse runterführen. Die hat der Hund gegessen. So war das. Hast du noch was denn da ausgesinnt? Die Katze war auch noch. Ich glaube, ich habe so viele Hausfäste. Ich glaube, ich habe so viele Hausfäste. Ich habe einen Tag, ja. So, was fällt auf, was fällt auf meine drei Figuren, die dort eine Rolle spielen? Wie heißt sie? Ja. Klapploss. Mit der Ausrede, dass er auf Klo müsse, konnte er dem Unterrecht entfliehen. Jetzt sprintet er nach Hause, um weiterzuspielen. Klapploss. Scheine. Ft. 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 Amen. 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 Blitz! Arschelitz! Schlacht! Halpertach! Ja, du mein Hund! Klasse! Scheiße! Nicht verlachen! Nicht verlachen! Laut! Warum? Na! Scheiße! Die ganze Scheiße! Die ganze Kack! Wie kannst du so ein Pferd da rausschmeißen? Scheiße! Na, Scheiße! Wie viel Uhr ist das her? Vollauter Spielen hat Stefan Dilan bei seinem Leidensgenossen Daniel ganz vergessen. Doch jetzt... Lahn! 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 Bei Daniel angekommen hat er auch sofort angefangen zu spielen. Ja! 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 Tausende Eberlin! Na... Na, Granate mischbaten! Na, komm doch! Ketten sägen! Ketten sägen! Ketten sägen! Ketten säge! Ketten säge! Ketten säge! schreit Pistole, Pistole, da fließt das die große Waffe, das scheiß Laserscheif, Kettensäge, wo ist Kettensäge da, Laserscheiß, Kettensäge, 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 Sägen, 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 komm her, Sägen, 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 ja, gesägt, jeder hat gesägt, wurde da fein, das Säge, 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 ah, Schussscheißen, da, Schicken, dann scharess hier, was ist die Säge, wo ist die Säge, da ist nicht die Säge, da auch nicht die Säge, wo sind die säge, wo sind die Sägen, wo sind die Dönsen, Sägen, sie blocken Sägen, da ist die Säge, Ah, Säge, da ist weiß nur Sägen, 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 komm her, du Boys, Säge, Sägen, mir sei, mir sei, mir Sägen, mir Sägen, Persian,